Jo, Freunde des Reitsports, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Ponyhof-Kanal. Wir sind back zum neunten Mal dieses Jahr aus der Sommerpause und heute mit einem ganz, ganz besonderen Format. Ihr kennt es alle, Qual der Wahl und zwar mit dem Oberbegriff oder dem Thema der beste deutsche YouTuber. Das bedeutet, Jakob, Tim und ich haben jetzt jeweils eine Person aus dem deutschsprachigen Raum vorbereitet. Wir werden innerhalb von 60 Sekunden diesen vortragen und dann werden wir demokratisch darüber abstimmen, welcher der beste deutsche YouTuber ist. Und das ist auch gesetzt. Das ist auf jeden Fall auch fest. Da muss sich auch jeder dran halten. Wir verlinken euch den Kanal, dass ihr den abonnieren könnt. Vielleicht hörst du auch auf, irgendwelche Videos zu gucken. Ich habe nochmal den Channel aufgemacht und ich habe schon den Namen eingetippt. Ich bin auf YouTube gegangen und der Kanal ist mir schon entgegengesprungen. Das heißt, es hat einen gewissen Status auch schon. Ja, möchte ich schon mal festlegen. Ja, dann würde ich sagen, fängt Jakob an? Ja, Jakob kann anfangen. Nö, du fängst an. Nehmst du die Zeit, ich kann auch anfangen. Okay, dann fängst du an und ich nehme die Zeit in drei, zwei, eins, los. Wenn es um den besten deutschen YouTube-Kanal geht, dann gibt es natürlich mehrere Antworten für meine Geldbörse, aber nur eine Montana Black. Den habe ich allerdings nicht genommen. Ich könnte jetzt auch einfach Jakob Rätsel sagen, um seinen Punkt in der heutigen Folge schon mal sicher zu haben. Aber ich habe mich für den krassesten Newcomer der letzten Jahre entschieden. Und zwar Jules. Mit gerade mal 28 Videos hat er trotzdem schon stolze 829.000 Abonnenten. Seine Videos sind ein absoluter Klickgarant. Von den letzten acht Videos haben gerade mal zwei. Nicht die zwei Millionen Aufrufe erreicht, sind mit 1,9 Millionen, aber knapp davor. Und ein Video hat sogar 3,2 Millionen Aufrufe erreicht. Der Typ hat Videoschnitt quasi neu erfunden. Durchgehend Memes, Effekte. Das Ganze passt wie die Faust aufs Auge, was besonders mich auch sehr freut. Für mich definitiv der beste Kanal in YouTube Deutschland. Jules. Sehr gut. Nicht schlecht. Wie lange war das? 48 Sekunden. Ja, egal. Okay, soll ich weitermachen? Mach mal. Du kannst die Folge jetzt machen. Mach zu. Okay. Nimmst du deine Zeit selber? Nee, mach du mal. Bleib spannend. Dürken. In einem endlosen Dschungel aus Videos erhebt sich ein strahlender Phönix des Wissens. Ein Kanal, der die Dunkelheit der Unwissenheit mit funkendem Licht durchbricht. Hier werden die komplexesten Geheimnisse des Universums in prägnanter, faszinierender Geschichten erzählt. Oh Gott. Dieser Kanal zeichnet sich durch seine unvergleichliche Fähigkeit aus wissenschaftliche, technologische und philosophische Themen mit meisterhaften Animationen lebhaft zu machen. Jede Sekunde ist ein wirbelndes Kaleidoskop aus Ideen und Erkenntnissen, das unsere Vorstellungskraft beflügelt. Dieser Kanal ist ein majestätischer Leuchtturm, der durch den digitalen Nebel führt. Ein Ort, an dem Lernen in ein berauschendes Abenteuer verwandelt wird. Ein wahrer Schatz, der sowohl junge als auch alte Gemüter fesselt und inspiriert. Hier tanzen Farben, erwachen Ideen und verschmelzen Bildung und Unterhaltung zu einem unvergesslichen Erlebnis. Dieser glanzvolle Juwel trägt den Namen, kurz gesagt. Der deutsche Kanal oder meinst du den englischen? Ich meine den deutschen. Ich meine für die Folge des besten Deutschen, meine ich den englischen. Wie viele Sekunden? Ich wollte sicher gehen, sonst wärst du raus. Wie viele Sekunden? 52. Oha. So, ich nehme mir Jakob und Jakob riecht nach 60 Sekunden auf jeden Fall ab. Wir schreien die ganze Zeit rein dann. Okay, bist du bereit? Ja. Drei, zwei, eins, los. Ja, ich brauche nicht so lange, ich kann auch ein bisschen rumtrödeln. Ich habe nämlich sozusagen den, wie gesagt, den Sieg eigentlich sicher. Ich habe eine absolute Legende ausgewählt, nicht KuchenTV. Jemand, der unumstritten die beste Qualität in YouTube Deutschland hat. Jules und Co. sind schön und gut, aber es gibt ein altes Sprichwort, das besagt, es gibt immer ein asiatisches Kind, das besser ist als du. Gegen diesen Mann sind eure beiden so egal wie ein Sack Reis in China und ich schicke den Sack Reis ins Rennen. Bühne frei für das Genie Julian Bam. Er hat mit allen gearbeitet, hatte seine eigenen Shows und seine YouTube-Videos haben mittlerweile Kinofilm-Qualität. Dieser Kanal hat alles erreicht, was man erreichen kann. Bow down to the Bam. Ja, 30 Sekunden, Digga. 30 Sekunden stark, Digga. Hälfte der Zeit, weil mehr braucht er nicht. Das ist okay. Mehr brauchen wir nicht heute, ne? Und ich möchte mal direkt starten, du hast gerade geprahlt. Nein, 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 nein. Mein größtes Video hat drei Millionen Aufrufe bei Jules. Nein, 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 hallo, nein. Darf ich mal sagen, dass Jules über 50 Millionen ist? Ja, hallo, wir fangen immer erst an, indem wir nochmal sagen, welche Kanäle hätte man noch mit reinnehmen können. Ja, mach mal. Ich hätte auf jeden Fall Paluten vielleicht sogar noch reingenommen. Ist jetzt so vielleicht nicht vom krassesten Schnitt und so, aber so von der Persönlichkeit. Noah hat auch mal so ein, zwei Videos von ihm geguckt. Er ist halt so der kinderfreundlichste Creator. Ja, das ist echt. Wenn du als Elternteil keinen Bock hast, Zeit mit deinem Kind zu verbringen, dann kannst du ihm auf jeden Fall Paluten-Videos anmachen. Du weißt genau, jo, das ist lustig, unterhaltend, aber jetzt auch nicht too much oder so. Es verdummt jetzt auch nicht die Kinder, hätte ich tatsächlich gesagt. Paluten zum Beispiel, dann noch Mäus. Mäus auf jeden Fall. Auch ein guter Kanal für Kinder. Mäus auch ganz oben mit dabei. Tim Jacken. Tim Jacken. Auf jeden Fall, hatten wir auch schon drüber gesprochen. Müsst du da wissen to go, hätte man noch, aber Real Talk überlegen können, würde ich sagen. Ich habe kurz überlegt, ob ich den nehme. Tatsächlich. Kurz, weil der macht echt gute Videos auch, vor allem informativ, muss man schon sagen. Aber jetzt mal ernsthaft, also Paluten hier drin in dem Rating, also er macht halt so, halt ganz normal ist, so wie Gronkh halt. Ja, aber für Kinder-Content finde ich, er macht schon perfekten Kinder-Content so. Das ist ja trotzdem auch gut geschnitten und so. Aber der beste deutsche YouTube-Kanal. Also ich glaube, für eine jüngere Zielgruppe wäre das so, kann man den auf jeden Fall mit reinnehmen, würde ich sagen. Ich glaube auch. Ich glaube, bei den besten deutschen YouTube-Kanalen. Aber so ein Sechsjähriger, der feiert Paluten mehr als Julian Bam. Nee, ich glaube, ja, es kann ja sein, dass ein Sechsjähriger das feiert, aber man muss ja objektiv auch ein bisschen gucken, wer hat die heftigste Qualität, wer hat die heftigsten Zahlen und sonst was. Und der lädt halt jeden Tag zwei Videos hoch. Und wenn man jeden Tag zwei Videos hochlädt, kann man sich schon denken, dass die Qualität halt nicht so hoch ist. Ja, aber es geht auch um die Aura, Ausstrahlung, Charakter. Ich weiß, davon hast du nicht viel, aber für andere ist das sehr wichtig. Ich habe eine Glitzerjacke deshalb an, das hilft. Ja, also auf jeden Fall gute Takes, die ihr da gebracht habt. Aber ich finde, klar, Jules, sehr, sehr krasser Creator, sehr, sehr krasser Schnitt, geile Stories, übertrieben lustig erzählt. Julian Bam auch heftig. Ich finde aber, der ist in letzter Zeit, macht der nicht mehr so aktiv Content. Ja. Und ja, kurz gesagt, halt crazy, da kommt ja niemand ran. Das ist animiert in, keine Ahnung, ich glaube, die brauchen pro Video irgendwie, haben die mal gesagt, 80 Stunden oder so oder noch mehr. Wow. Ich glaube, es sind sogar viel mehr. Jules braucht mehr. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, es sind viel mehr. Ich glaube, es sind noch nie. Es ist ein zweifelgeschritten. Wow. Das hat aber nicht vergessen, da hat kurz gesagt, er hat wirklich ein komplettes Team. Und Jules hat das ja wirklich alleine gemacht. Ja, das sagt er. Er hat jetzt erst einen Cutter, nee, er hat jetzt erst sicher einen Cutter gesucht. Bist du Jules, kannst du es bestätigen? Ja, ich kann ihn jetzt anrufen. Und es ist selbst dann klar, man kann sagen, okay, als alleinstehende Person, das könnte ja auch nochmal ein Kriterium sein vielleicht, aber ich sage mal Julian Bam, zum Beispiel, der hat ja auch, Digga, keine Ahnung, wie viele Produzenten wir damit rummachen. Du bist ja der Einzige, der quasi so als Ein-Mann-Person dasteht. Und klar, wie gesagt, es sind krasse Videos, sind geil aufbereitet, super unterhaltsam. Aber ich finde, kommt halt jetzt nicht an kurz gesagt ran. Ich würde sagen, es ist natürlich anders animiert und so, aber ich glaube, vom Schnittaufwand her mit den ganzen Effekten und so, würde ich sagen, kann Jules mithalten. Mit einem kurz gesagt Video? Ja. Ich würde hier auch in der Nähe auf jeden Fall. Von der Qualität her? Es ist halt anders geschnitten, es ist jetzt nicht per se animiert, aber der hat ja auch wahrscheinlich so. Das ist auch übertrieben aufwendig. Bei Adobe hat der wahrscheinlich 50 Szenen oder so mit fünf Hintergründen, die sich alle bewegen, dann irgendwelche Effekte drüber. Ja, aber das ist ja ein Punkt. Ein Punkt ist ja klar, ist vielleicht die Aufbereitung des Videos, aber ein Punkt ist natürlich auch das Skript, das will ich gar nicht sagen, ist bei Jules auch mega aufwendig, aber Digga, bei kurz gesagt geht es ja wirklich um wissenschaftliche Themen, die übertrieben unterhaltsam aufbearbeitet werden und das ist ja auch nicht ohne Grund einer so mit der erfolgreichsten deutschen Channel. Also Jules ist gerade der erfolgreichste deutsche Channel, also er sagt das ja schon einiges. Von den Klicks her oder warum? Von den Klicks her sicherlich nicht. Doch, von den Abonnentenzuwachs her und so viele Klicks, was er pro Video macht. Wie viele Klicks macht der denn im Jahr? Guck bei Nindo, der Geil jetzt. Der macht meist monatlichen Klicks. Nein, der macht alles. Ja, jetzt Münster sieht das nicht so, wie es für ihn passt. An Zeitraum, wenn er was hochhebt, pro Video im Durchschnitt. Nein, der macht Julian Bam mehr, das stimmt doch gar nicht. Komm, ich gucke jetzt hier. So, gucken wir mal. Julian Bam hat mit seinem letzten Video 3,9 Millionen Aufrufe gemacht. Guck doch bei Nindo. Du Fanboy. Junge, wirklich, Alter, das regt mich so auf, ey. Warum soll ich bei Nindo gucken? Nimmt er hier extra einen Asiaten, um hier nicht wieder in die Rassisten-Ding reinzukommen und labert nur Scheiße. Oh yeah. Okay, durchschnittliche Views, gut, Anita Dack ist tatsächlich Erster. Hä? Vic ist, ja, weil die nur ein Video haben. Ja, weil die nur ein heftiges Video hatte, ne? Also, Jules, der Zweite ist Platz 11. Also, alle nicht Platz 1, aber Upward. Jules ist der Zweite und wer ist Platz 11? Jules, der Zweite ist Platz 11. Ich gucke gerade, wo Jules und wo... Scheinbar gar nicht mit im Ranking, ne? Da bricht das Kartenhoch zusammen, das Luftschloss, ne? Ah, weil das, glaube ich, nach 90 Tagen geht. Oh, jetzt geht's um 90 Tage. Gleich geht's um 15 Wochen, 17 Stunden, Digga. Wer ist denn Gunnar Kessler? Also, ich will ja gar nicht absprechen, Bro, dass der gut Klicks macht und dass der Kanal sehr gut läuft, aber zum einen ist es... Ah, man hätte ja noch Simplicissimus nehmen können übrigens. Ja, Simplicissimus, auch sehr, sehr krasser Kanal. Aber da könnte man ja auch dann wieder sagen, da sind wieder mehr Leute als einer dran. Ja, ich finde es schon krasser, wenn du dir sowas selber aufbaust, als wenn du halt 500 Leute im Hintergrund hast. Und bei Funk war es, um die Millionen da zu holen, um dir ein Team aufzubauen, um es dann doch wieder ohne zu machen, weil du mehr Geld verdienst. Nur meine Meinung. Nur meine Meinung, Digga. Das heißt, du willst jetzt seinen Cutter feuern oder wie und alles selber machen oder was ist jetzt deine Option? Ich will nicht der Krasseste sein, ich will der sein, der am meisten verdient. Es ging darum, der Titel ist der heftigste Kanal und da kann auch sein, dass da eine heftige Eigenleistung dabei ist. Zum Beispiel Julian Bam hat jahrelang alleine oder mit einem kleinen Team das gemacht und muss niemandem irgendwas beweisen. Jetzt mittlerweile macht er Kinofilmqualität und das merkt man schon auch an den Zahlen. Also du hast das mit den Klicks ins Spiel gebracht. Das letzte Jules-Video, wie ich hier sehe, hat 2,2 Millionen Aufrufe. Das letzte Julian Bam-Video hat einfach fast doppelt so viel. Das hat 3,6 Millionen. Und das davor hatte 4,3 Millionen. Ja, aber komm. Also der wischt mit euren beiden einfach den Arsch ab. Ja, das Ding ist, aber Julian Bam ist halt seit, keine Ahnung, 10, 15 Jahren einer der gehyptesten YouTuber und dann sind das diese komischen Abschlussvideos, die auf ganz YouTube komplett rumgegangen sind. Jeder kennt Julian Bam. Jules ist halt ein Newcomer und überleg mal, der hat gerade mal 28 Videos hochgeladen und jedes Video erreicht 2 oder 3 Millionen. Das hat Julian Bam am Anfang nicht erreicht. Aber ein Merkmal ist auch Konstanz. Na klar kommen die Abschlussvideos von dem Mega an, weil die todes gehypt gewesen sind. Ja, da sag ich auch gar nichts gegen. Aber Jules hat es innerhalb von einem Jahr, hat der das geschafft, dass jedes Video mindestens mal 2 Millionen Aufrufe erreicht. Ich finde, das ist schon nochmal krasser, als wenn du 10 Jahre dabei bist und dann halt 2 Jahre auf dem Hauptkanal nichts hochlädst und dann natürlich ganz YouTube-Deutschland gehypt ist. Naja, alleine 10 Jahre diese Qualität zu bringen. Also ich frage mich, ob Jules das, was er jetzt gerade macht in der Form, das ist ja extrem aufwendig, ob er das 10 Jahre überhaupt halten kann. Dieser Mann hatte hier übelstes Burnout und sonst was. Also der ist durch Himmel und Hölle gegangen, um uns zu unterhalten. Dafür hat Jules ja auch nur ein Video im Jahr hochgefühlt. Das stimmt auch, ist nicht so schnell. Also klar, die Videos... Nee, du bist sowieso mal... Digga, warum bin ich da, was soll ich beurteilen? Dein Take-Kanal. Dein Take-Kanal. Wir haben ja sowieso in die Tonne, treten wir. Wen hast du noch mal ins Rennen geschickt? Wen? Kurz gesagt. Kurz gesagt. Muss ich mal googeln. Digga, du kennst die nicht. Nein, ich tue jetzt nur, um ein bisschen Arroganz zu machen. Also, ich kenne die auch nicht. Nein, Digga, klar, die Videos unterhalten, die sind sehr gut gemacht und so. Aber ich finde, was bei Kurzgesagt nochmal den Unterschied macht. Da werden gesellschaftliche, wichtige Themen, gerade auch die im 21. Jahrhundert für die Jugend, für Kinder, bedeutsamer Inhalt sind, werden da aufgearbeitet, dass die einfach auch gut konsumiert werden können. Klar, da hat man mal ein lustiges Meme-Video, hat man mal kurz drüber gedacht. Ja, aber Jules hat ein Video über Flacherdler gemacht. Ja, doch, auf jeden Fall. Aber guck mal hier, ich brauche nochmal drauf gucken, da stirbt Deutschland aus, warum Krebs so schwer zu besiegen ist, kann man ein schwarzes Loch zerstören? So, weißt du, das sind doch Themen, die die Gesellschaft einfach spaltet und da muss drüber informiert werden. Ob man ein schwarzes Loch zerstören kann, spaltet die Gesellschaft. Und das, ja, weißt du, kann man? Kann man, ja. Durch Hawking-Strahlung zerstreit sich das schwarze Loch innerhalb von ein paar Billionen Jahren selber. Ich wusste nicht, dass ich hier mit Albert Einstein sitze, Digga. Er guckt einfach kurz gesagt. Ja, er guckt aber tatsächlich. Digga, ich hab auch ReTalk, ich guck auch den gerade so, ich hab jedes Video von denen gesehen. Ich guck auch jedes Video von denen. Also wirklich, die sind so krass gemacht und ich finde, das ist einfach nochmal ein ganz anderes Level so, Digga. Das ist halt, weiß ich nicht. Ja, kann man jetzt drüber streiten. Die Kanäle haben alle so ihre Nische, sag ich mal, wo sie wahrscheinlich die besten sind außer Julian Bam, den kann man wirklich wegwerfen. Der ist in allem, also in was ist denn Jules besser von der Qualität her als Julian Bam? Naja. Nennt drei Aspekte. Julian Bam hat heftige Musikvideos gemacht. Sein erfolgreichstes Video hat 50 Millionen Aufrufe. Ja, okay. Was ist dein erfolgreichste? Die Bild halt Millionen von Leser. Was ist das erfolgreichste von deinem Jules? Hä, Kollege Schnüschel? Vielleicht auch 5 Millionen oder 3 ist es dieses 3 Millionen Ding? 5 Millionen, das sind 10 Mal mehr. Ja, das hatten wir aber gerade auch mit den Klicks schon. Boah, also die besten von Kurzgesagt, Digga, haben auch alle über 3 Millionen. Das meiste hat 8 Millionen. Boah, ich will auch ein 8 Millionen Video haben. Das ist ja echt heftig, ne? Vielleicht das Video heute, mal gucken mit Cioca. Deswegen finde ich, Jules, wie gesagt, krasser Creator und so, passt hier auf jeden Fall mit in die Liste rein. Was ich damit ja sagen will, er hat ja halt erst 28 Videos, er hat sich das ja wirklich super schnell aufgebaut. Weil er halt von Anfang an so eine krasse Qualität hat. Es ging an sich darum zu sagen, okay, der hat zu viele Klicks, deswegen ist der krasseste. Sondern, dass er in der kurzen Zeit wirklich so abgeht. Also ich erwische mich selber dabei, wenn Jules ein Video hochlägt und ich arbeite gerade, dann höre ich ihn aufzuarbeiten und gucke mir erst mal das Jules Video an. Und du siehst ja schon, Digga, der hat nach einer Stunde 100.000 Aufrufe. Den Kanal gibt es ein Jahr oder so, seit er aktiv Videos macht. Also allein dieser Weg nach oben ist halt schon krass. Und dann diese Qualität, die er von Anfang an da war, auch die alten Rap-Videos, die er gemacht hat. Also hat er mehr als 28 Videos gemacht? Nein, die sind doch alle online. Aber hat er nicht vorher auch schon Videos gemacht? Vielleicht hatte der vorher auch Videos schon gemacht. Wie lange macht der schon YouTube? Ich kannte den vorher nicht tatsächlich. Ich weiß nicht, ich kann mal gucken. Aber hatte der nicht vorher auch schon mal einen Kanal, so einen kleineren und so? Ich meine, ich habe auch sowas gehört. Das hat sich umgesprochen. Weil am Anfang hat der, ne, ich glaube, das sind sogar tatsächlich alle Videos. Ich glaube, die sieben Arten von Deutschrap-Hörern waren auch... Ich kann mal gucken, wie lange sein Kanal ist. Also ich feiere Jules auch, aber allein auch schon die Strahlkraft. Also wenn du irgendwen auf der Straße fragst, wer Julian Bam ist, der wird genau wissen, dass... Das ist Michael Jacks der YouTube-Szene. Ja, wenn du jetzt beispielsweise fragst, hier, was hältst du nur von dem neuen Kurzgesagt-Videos, der guckt dich komisch an. Hey, was soll das jetzt, Digga? Ich darf wissen gegen ihn. Oder, 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 wenn man fragt hier, wer ist Julian Bam, Digga? Ja, aber der beste Kanal zeichnet sich doch nicht dadurch aus, dass die meisten Leute ihn kennen. Auch. Ja, aber du hast ja auch gerade so acht Kategorien erfunden. Ja, aber Strahlkraft doch nicht. Aber, ey, die Qualität von einem Kinofilm, was er hochlädt, ist höher als das... Okay, also, wenn ich jetzt Kurzfilme mache, wirklich in Kinoqualität komplett, wird auch von Paramount Pictures gefilmt. Das kannst du nicht. Nein, irgendwer macht das, aber der hat 500 Klicks pro Video, weil ihn keiner kennt. Dann könnte ich den hier nicht nennen als der beste deutsche YouTube-Kanal, weil er keine Strahlkraft hat. Obwohl er wirklich Filme hochlädt, die er selber produziert. Nein, es ist ein Punkt von vielen. Es sind die Klicks, die Fernsehen, diese Konstanz über Jahre, dieses unfassbare Talent, dieser Erfolg. Dann ist es die krasseste YouTube-Persönlichkeit. So, als Charakter ist er dann krass. Aber das heißt doch nicht, dass er den krassesten YouTube-Channel haben muss. Ja, und? Also, der Channel Julian Bam, allein die Geschichte ist krasser, als das, was Jules gemacht hat. Und wie krass ist denn die Geschichte? Er hat angefangen, Videos zu machen, hat eine krasse Qualität, hat durchgezogen. Toll. Ja, und die Qualität immer, immer weiter erhöht. Er soll ein Buch schreiben. Immer weiter erhöht. Hat er bestimmt. Hat Jules ein Buch? Ach. Ja, keine Ahnung. Ich falle halt. Ich falle halt auch richtig streiten. Wie gesagt, wir haben alle drei gute Leute so, aber ey, jetzt mal ernsthaft. Also von jeglichen Zahlen, von jeglichen sonst was. Also kurz gesagt verstehe ich sogar viel mehr als Julian Bam. Weil er hat halt schon recht, das ist ja wirklich so, das gibt dir gesellschaftlich ja wirklich was. Er hat halt schon recht, das gucken auch jüngere Leute. Und da sind ja schon wissenschaftliche Themen auch sehr viel, so medizinische Themen und so weiter. Stimmt, Julian Bam gucken keine jungen Leute. Das hast du absolut recht. Ja, es ging um den wissenschaftlichen Aspekt, aber okay. Mein Argument ist halt nochmal so, das ist klar, das ist Unterhaltung. Ja. Bei euch beiden. Bei mir ist es auch Unterhaltung, aber es ist informative Unterhaltung, die einen mehrwert. Wenn du dir so ein Video guckst, Digga, ich weiß nicht, ob ihr das Video kennt, du kennst es dann wahrscheinlich schon. Das heißt, was machst du mit deinem Leben? Eine Perspektive, da wird das so aufgearbeitet, wie viele Wochen man zu leben hat sozusagen. Wie viel Zeit man quasi in der Schule verbringt, wie viel Zeit man zu Hause verbringt. Und ein so ein Fact, der in der anderen so drinne vorkam, ist, dass wenn du aussiehst von zu Hause, dass du, ich weiß nicht, wie genau Zeit, irgendwie von 85 Prozent der Zeit, die du mit deinen Eltern jemals in deinem Leben verbringen wirst, schon verbracht hast. Die ist schon vorbei. Krass. Digga, und das sind einfach so Infos, die einfach crazy sind. Sondern es ist, wie gesagt, auch noch übel unterhaltsam, lustig und der Sprecher ist auch crazy. Der Sprecher ist wirklich crazy, ja. Digga, wenn der irgendwann mal stirbt, ich hab mal geschaut, der ist schon irgendwie 78 oder so, Digga, dann kann der Kanal einfach... Der darf nicht sterben, der soll mal diese Partei für Verjüngung, soll niemand pushen. Ja, aber dann kann der Kanal halt einfach... Redet mal weiter, ich bin währenddessen am Scrollen, bis ich von Julien Bam ein Video finde, was nur drei Millionen Aufrufe hat. Das dauert ein bisschen. Wartet, wartet, wartet mal kurz kurz. Alleine schon für diese arrogante Scheiße. Ich bin gerade bei, glaube ich, 100 Videos und wir sind immer noch bei 7,4 Millionen. Ich brauch noch ein bisschen. Redet, redet, redet ruhig weiter. Du redest ja die ganze Zeit. Über eure erfolgreichen Kommentare. Ja, ich weiß nicht, ich hab sonst eigentlich alles gesagt, ja, es ist halt für jeweils die Nische ist schon gut, außer Julien Bam. Scheiße, du musst natürlich überlegen, wie macht man das jetzt am besten mit der Abstimmung, ne? Für wen stimmt man jetzt, damit man gewinnt? Ja. Ich hab jetzt ein Video gefunden, was nur drei Millionen Aufrufe hat. Ja, laba mich nicht, Gott sei Dank. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, ich glaube, wir haben sonst eigentlich alles gesagt. Genau, eigentlich ist uns allen klar, dass kurz gesagt mit Abstand der Beste ist. Genau, wichtig ist, man darf nicht für sich selber stimmen. Und wir machen jetzt alle WhatsApp auf. Boah, scheiße, Digga. So, wir schreiben, noch nicht abschicken. Ich bin fertig. Okay. Wo ist denn die Gruppe? Warte, ja, okay. Vielleicht liest du dir erstmal die 300 Nachrichten durch, die du nicht gelesen hast. Damit fang ich jetzt gar nicht jetzt an. So. Wirst du? Ja. Drei, zwei, eins. Ich wusste es nicht, ich wusste es ganz genau, Digga. Ich wusste es nicht. Ja, unentschieden. Ja, würde ich sagen, du musst das jetzt die Community entscheiden, oder? Nee, eigentlich machen die dann immer, dass einer sein Voting enden muss, aber wir können es auch so lassen. Das ist ja nur dumm. Das heißt, unter dem Video. Du hast nur Julien Bam genommen, damit du gewinnst, du Wichser. Nein, ich fand auch abgesehen davon, also nochmal zum Verständnis, ich hab für Julien Bam gewartet, ihr seht das hier auch eingeblendet, Tim für kurz gesagt und Jakob Rätsel für Jules. Und ich fand wirklich das, also ich fand es auch ein bisschen knapp, ich musste mich dafür anscheinend, ich durfte nicht für mich selber voten, aber ich fand auch Jakobs Argumente ein bisschen überzeugender, Digga. Es ist halt wirklich ein bisschen krasser, er ist als Charakter einfach ein bisschen heftiger, hat mehr Projekte schon auf die Beine gestellt, hat eine krankere Legacy. Klar, wenn du jetzt den letzten Monat nur mit einbeziehst, so wie du da argumentiert hast, ne, ja, aber Digga, der hat die letzten 30 Tage. Die letzten zwei Jahre von mir aus auch, was er sich aufgebaut hat. Ja, natürlich, natürlich. Das ist ne, der sollte ein Buch schreiben. Aber willst du jetzt sagen, dass Julien Bam sich nichts aufgebaut hat? Der, pff, Steuerschuld. Steuerschuld, Digga. Die Bam-Scooper-Crazy, Digga, sehr ehrlich. Bam-Scooper-Crazy, das war krass. Crazy gescheitert. Deswegen haben wir jetzt hier das erste Unentschieden und, ja, man kann, glaube ich, im Kommentar kein Wort machen oder so, ne, deswegen. Naja, könnt ihr aber trotzdem reinschreiben, was für euch die beste Folge ist. Ihr könnt nochmal Argumente drunter schreiben, die wir vortragen im nächsten Video, vielleicht ändert das noch was an unsere Abstimmung und dann, ja, würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Wir hoffen, die kleine Kamera hat aufgenommen, bis dann. Okay, thanks, bye.